Was geht Leute, mein Name ist Anerl Fox und heute spielen wir wieder The Maskmaker. Es ist Mittwoch, hoffe ich doch zumindest, dass ich The Maskmaker an diesem Tag veröffentlicht werde, beziehungsweise hochladen werde, aber ich denke schon. Also The Maskmaker, das letzte Mal haben wir den dritten Turm bezwungen und haben jetzt drei weitere Gegenden freigeschalten. Wir haben auch ein bisschen hinter die Wahrheit zwischen den kleinen Jungen erfahren und meine Vermutung ist, er ist der König, ganz einfach, das ist glasklar. Das werden wir wahrscheinlich auch demnächst erfahren, das wird uns sowas von schockieren. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr erfreut über dieses Spiel, mir gefällt es sehr und deswegen springen wir gleich nach dem Intro rein und ich hoffe euch gefällt es auch und ihr seid dabei. Los geht's! So, ein bisschen zurück. Das letzte Mal sind wir hier eine Etage höher gegangen und sind jetzt auf dem Weg, diesen Vogel zu jagen, aber wir müssen erstmal den Fungus, den Riesenfungus zerstören und erstmal die kleinen Fungus kaputt machen. Wie kommen wir jetzt da hin, die Fungus zu zerstören? Da unten ist das Giftding. Das müssen wir jetzt erstmal platzieren, das machen wir jetzt auch. Keine Ahnung, warum ich jetzt gerade so schnell geredet habe. Irgendwie hatte ich gerade so ein Gefühl von Eile. Das hat Schwachsinn, denn wir haben keine Eile. In genug Zeit der Welt. Das ganz entspannt und mit vielen Köpfchen zu machen. So. Ja, diese Ebene oder dieses Level ist schon ein bisschen Hallo? Schon ein bisschen komplexer vom Umlaufen, Rumswitchen etc. Und ich hoffe nicht verhältnismäßig mehr buganfälliger. Also versuchen wir es mal langsam. Wahrscheinlich bin ich einfach zu schnell hochgefahren. So. So. Also wir haben hier zwei Fungusse. Zack, dezimiert. Hat schon mal funktioniert. Dezimiert. Funktioniert. Da sind die anderen zwei. Jetzt müsste irgendwo... Jedes Mal bleibe ich hängen damit. Ich schätze mal irgendwo sind auch noch mal zwei. Denn da ist noch der eine Strang versorgt. Ich sehe es. Von der Ferne sehe ich es. Okay. Müssen wir wahrscheinlich doch noch mal zurück. Da fangen wir mal auf, Dude. Ich muss jetzt kurz schnell hinrennen. Da ist ja noch einer. Ach so. Ja, ja. Klar. Ich muss es jetzt... Ach. Ich muss einfach hier fallen. So. Ich muss mal kurz die andere Maske erstellen. die wir gar nicht erstellen können, weil uns Dinge fehlen, oder? Nee. Halt. Stopp. Die können wir jetzt machen. Orange. Wir haben doch hier... Ja, genau. Ja, das sind die. So. Wieder... Pinseln. Zack. Zack. Na. Gut, dass man korrigieren kann. Und einmal... Rot. Yes. Being a mask maker is not about making masks for yourself, believe me, Apprentice. But by making masks for others, you can find their truths. And perhaps catch a glimpse of some of your own. Hm, okay. So. Wir sind auf der anderen Seite. Mist. Unser Gift ist weg. Ist irgendwie schon despawned. Aber schnell. Vielleicht finden wir hier in der Nähe... Aber ich bezweifle, dass wir hier in der Nähe Gift finden. Das hätte sonst... Den Sinn... ...des Dingens... ...mit dem... ...Korbids... ...verfehlt. Aber dazu kommen wir gleich. Gucken, was wir hier noch so machen können. Okay, ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Da ist was. A notice for Carnival. Festival of the Maskmaker's Art. ... Mein alter Herr und ich waren für Tage lang, er würde über die modernen Maske und seine drei Regeln aber ich sah ihn einmal auf der Schöpfung, schüttelnd an der Prozession, als er durchging. Ich musste weg, um den Karneval zu sein. Und ich glaube nicht, dass er mich durch meine Maske sah, als ich durchging. Aber ich sah ihn schütteln. Hm, der König hat also Karneval gemocht. Das einzige, was man hier findet, ist jetzt quasi dieses... Ah ne, ja, den müssen wir auch machen. Okay, also, Plan. Wir gehen nochmal... So ist schwieriger. Kein Mensch zieht sich nach oben. Also, ich mein... Na egal. Also, man nimmt ja von... von oben und zieht runter. Ist einfacher als von unten nach oben. Von der Muskelkraft her. Dass man hier Schultermuskulatur nutzt, anstatt... Ja. Okay. Ah, wir müssen eh nochmal... dahin laufen. So, hier. Hm. So. Dude. Fang auf. Oh, oh, oh. Ja, das passt. So. Und jetzt noch das letzte. Nee, halt, stopp. Die anderen sind wieder aktiviert. Oh, ist das auch noch auf Zeit, oder wie? Was? Geht auch noch mit Zeit? So, theoretisch können wir das jetzt fallen lassen. Dann... Hier rumschwenken. Das müsste eigentlich dies warnen. Tut's aber nicht. Aber... Wir haben ja da hinten nochmal. Genau. Oder ich nehme jetzt das da. Na, da wäre es auch gewesen. Und machen die anderen zwei. Es kann gut möglich sein, dass es auf Zeit ist. Ups. Och, Mann. Jetzt schon wieder. Ganz langsam. Stimmt. Hier war ja gleich eins. Ich war mit der falschen Hand in den Rechtshänden da. Komm. So, das müssten jetzt alle gewesen sein. Das müssten alle gewesen sein. Gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. Ja. Aber ich glaube, das bringt uns doch noch gar nichts, oder? Wir können die Maske noch nicht machen, da uns die großen Blätter fehlen. Die findet man aber dort auch. Okay. Große Blätter. Große Blätter. Große Blätter. Wo? Die tauchen wieder auf. Boah. Oder war ich, die tauchen wieder auf? Ja, sind doch bestimmt große Blätter. Okay. Ojojojojo. Ok. Der ist jetzt weg. Oah! Wir gehen doch mal runter. Müsse der hier gewesen sein. Hier sind... Da, da ist es. Die sind auch medizinisch benutzt, aber ich empfehle nicht, sie zu sammeln. Sie riechen wie schwarzer Flanel. Eigentlich haben wir das ja schon gesehen. Ich muss einfach nur schneller sein. Und dann funktioniert das, aber ich gehe schon mal jeweils immer in Position. Der schickt den runter. Aha, okay. Und dann brauche ich den Korb hier unten. So. Und dann kann ich die anderen... Es sind ja eigentlich nur vier. Aber nochmal kurz zum Gegenchecken, ob es wirklich nur vier sind. Eins, zwei, drei, vier. Ja, vier. Okay. Machen wir. Das Gift ist da. Okay. Aber bevor wir das machen... ...erstellen wir schon mal... ...denn hier, dass wir den schon quasi vorbereitet haben. Wir haben wieder zweimal davon. Einmal in Rot... ...und Gelb. Rot, Gelb. Eine Naturfeder. Nein, das ist keine Feder. Solche Riesenblätter. Wieder in Rot und Gelb entgegengesetzt. Und dann wird wieder... ...gemalt. Masken sind einfacher. Sie expressen ihre Emotionen direkt... ...und dann sind Menschen. So, da ist mal kurz die Brille abgestürzt und dazu auch noch das Spiel. Aber nichtsdestotrotz machen wir weiter. So. ...und zwar... ...und das da. Ich finde das richtig toll, dass das... ...so genau ist. ...also das Malen macht so Spaß. Und das Letzte. Ist ja schön. So, wir sind also jetzt vorbereitet. Wir können jetzt... ...mit dem Dude, das bereiten wir auch schon mal vor... ...und dann... So. Also der Plan ist wie folgt. Die vier Strenge so schnell wie möglich erledigen... ...um dann... ...quasi mit dem letzten Part... ...das Innere anzugreifen. Würde ich sagen... ...auf drei geht's los. Eins... Zwei. Drei. Also erstmal hier dem Dude das geben. Machen hier schon mal die ersten. Zwei. Sehr gut. Zwei auf einmal. Der Parasite. Nein. Falsch. Nein. Das geht's doch nicht. Das ist ein Bug. Dass das Ding dann immer wieder wegspringt. Aus seinem Korb. Korb? Aus seinem Korb, nicht Kopf. So. So. Wieder wechseln. Zu... Ne. Zu dem Dude. Kurz hängen geblieben. Oh, ich werde wieder ziemlich hektisch hier. Nehmen wir das. Kommt. In dem Korb. Und jetzt zum... Letzten. Und... Zack. Stirb! Fungus, stirb! Jawohl, ja! Gut gemacht. Props. Die Krankheit am Herzen des Groves ist fadigend. Ich fühle mich... ...different. Gut gemacht, Apprentice. Ich bin nicht sicher, wie du es getan hast. Wie hast du es getan? Ich bin sicher, dass ich es später herausgefunden habe. Aha. Aha, okay. Der Fungus, der sich über die Welten ausgebreitet hat, machte ihn wahrscheinlich zu dem, der er heute ist. Vielleicht erleben wir doch noch ein Wunder, dass der König vielleicht gar nicht schuldig an der ganzen Sache ist. Wir haben das Neste des Redenheißen, tief in der Wurzung. Du, du, du. Das war mein Käfer, ja? Und jetzt verstehe ich. Das ist ein Changeling-Bug, camoufliert, um zu sehen, wie ein Eggshell. Die Bugs haben ihre Ecke direkt aus dem Neste verholt. Vielleicht war sie nur von ihnen zu spüren. Ach so. Hm. Na, nun gut. Schlebt wohl. Die Korruption ist rechneidend. Die Wurzung könnte stolz und groß werden. Jetzt hast du den Parasite von Verletz. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt diese Maske mache. Denn wie ihr vielleicht wisst, die Maske ist von dem Dude, der im Turm ist, der aber nicht raus kann. So, was bringt mir jetzt, die Maske von ihm zu erstellen? Ich bin mal gespannt. Und, ah, jedes Mal vergesse ich's. Noch ein Y-Stück. Zwei Käfer in Natur. Hoppala. Und dann noch. Davon zwei in Gelb. Nein, das wollte ich nicht. So. Bin ich mal gespannt. Wir sind sehr weit gekommen. Es könnte sein, dass wir jetzt den ersten Turm komplett erledigen. los geht's. Kann also doch raus. Aber was bringt mir das, raus zu können? Das bringt mir ja nix. Aha. Okay. Zwei müssen auf die Plattform. geht hoch. Get hoch. Nichts kann allein sein. Hier sind die Guardian von jedem Land, wie alle Dinge sind. Ich frage mich, wie bekomme ich alle hier auf einem Fleck? Sind die Türme vielleicht miteinander verknüpft? Hm. Wir werden sehen. Talias, gehen wir aber zurück. Wir haben diesen Part jetzt fertig. Ich würde sagen, dann brechen wir auf in die nächste Region. Haben wir da schon alle Ingredienzien? Ich glaube, uns fehlt etwas. Bin mir aber nicht sicher. Nicht mehr. Ja, das fehlt. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich zur blauen Zone unserer Lieblingswelt. Gut, dann scannen wir unseren nächsten Dude. Haben wir den Kristall schon? Bin mir nicht sicher. Schauen einfach mal. Kristall, Kristall. Äh. Theoretisch. Hm. Ne. Der Kristall fehlt uns auch. Aber dennoch können wir, glaube ich, in die nächste Welt rein. Und das werden wir jetzt auch tun. Und das werden wir jetzt auch tun. Gucken, ob wir den scannen können. Ja, da haben wir alle Sachen. Die Minen. Wir brauchen grün und blau. Ne. Achso. Grün. Und blau. Ja. Ja. Funktioniert. Ja. Funktioniert. Okay. Naturkoralle. Ah, aber mit einem Abstandshalter. Und das da. Und das da. Natur natürlich. Und da. Und da nur noch. Und da nur noch. Ein bisschen Farbe dazu. Perfekt. Und. Und. Und ein Pinsel verloren. Ein Stopp. So. Also. Die Minen. Feuer und Eis. Das sieht natürlich mal wieder super schön aus. Fühlt mir sehr gut. Gucken wir uns natürlich wieder alles ganz genau an. Geht man da rein. Da glüht doch irgendwas. Das ist irgendwie. Anzünden. Hm. Die Blue Shard Mines. Wie viele Stunden habe ich dort dort gesperrt. Als ich zuerst kam. Als ich zu dem Marsk-Rilm kam. In der Nähe von immer deeper und immer rarer Gems. Aber. Sei vorsichtig. Auch ein König trägt hier. Edelsteine. Edelsteine. Okay. Hier finden wir also Edelsteine. Den wir brauchen. Okay. Zeit left. Was willst du mir damit sagen? Schichtarbeit oder wie? Wie? Es sieht aus wie die Gäste eines großen Schädenhausen. Und es gibt auch Schäden hier unten. Hm. Habgierig. Okay. 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 Das sind also mehrere Ebenen. Wir gucken. Wissen doch mal zurück. Und uns das noch mal ganz genau anschauen. Da sind Symbole drauf. Os-2-2. Wenn das die Symbole sind. Os-2-2. Os-2-2. Wenn das die Symbole sind. Os-2-2. Okay. Sind die Symbole. Bikini. Drei. Das ist aber kein Symbol. Okay. Das kriegen wir hin. Bikini. Drei. Lach. Bikini. Drei. Flach. Bikini. Drei. Flach. Bikini. Drei. Nix. Was? Die Symbole der Schäden. Und der tiefen Erde. Und. Blau Blut-Gems. Blau. Was? Ich glaube, da... Ne, da kommen wir nicht hin. Ach, unser nächstes. Fossilien. Fossilien. Ah, jedes Mal, wenn ich sowas sehe, gerade allein schon... Das sieht jetzt für euch vielleicht auf dem Flat, auf dem Bildschirm jetzt nicht so besonders aus. Aber in VR, das ist so schön plastisch. Man möchte reingreifen, man möchte es anfassen. Und VR ist alles toll. Ich bin jetzt schon so lange in diesem VR-Bereich unterwegs. Es ist ein langer Zeit. Als ich erst zu meinem Königreich kam, habe ich Stunden in den tiefsten Minden und zu suchen, die feinste Gems, um die riechste Maske zu machen. Es ist ein kaltes und ein kaltes da unten, anders als irgendwo anders. Und ich... habe mich selbst vergessen. Für ein Zeit. Aber erinnere mich, was du bist. Und schau, wo du stehst. Jetzt schon so lange... Ja! Ja! Ja, dann lass mich mal machen jetzt! Mann, ey, jedes Mal werde ich unterbrochen. Also, ich bin schon lange in diesem VR-Business unterwegs. Nein, lange, also... Ist schon einige Zeit. Ich habe schon meine Erfahrungen gesammelt. Und muss sagen, ich bin jedes Mal immer noch positiv überrascht, welche Möglichkeiten dahinter stecken. Aber nun denn. Wir haben hier... scheinbar schon unsere drei Masken, die wir... bauen können. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt eigentlich, dass es jetzt zu Ende ist. Ja, die Masken können wir vielleicht noch schnell machen. Zumindest scannen können wir schon mal. So, Nummer 1. Da haben wir auch alle Sachen. Okay. Heizer. Da fehlt uns eine Ingranzendenze. Und dann noch. Boah, man zittert so arg. Und da fehlt uns auch noch was. Auf jeden Fall können wir ihn machen. Machen wir schnell. Und zwar... Und zwar... das Drähte. ...und zwar... ...das Streh Cheryl. zwei naturmuscheln und dann wird nur noch gefärbt gut dass der wieder da ist einfach ist sie sehr gut okay also eine inkredenze fehlt uns weiß nicht aber die gleich finden dementsprechend würde ich sagen wenn ihr es als ziel fürs nächste mal eine inkredenze zur saal zu finden um dann quasi die beiden du deren maske herzustellen und dann werden wir diese lore wieder zum laufen bekommen ja das hat sich nach einem guten plan an ob es erst erreicht ist ab zu atmen ja sehr schön wir haben einen turm quasi nicht den turm die welt haben wir befreit quasi gereinigt von dem fungus und sind zur erkenntnis gekommen dass man nicht alleine gewinnen kann man braucht einen kollektiv von anderen um den könig möglicherweise retten zu retten vielleicht ist er gar nicht so böse wie ich eigentlich vermeintlich vermutet habe wir werden sehen ich hoffe ihr seid auch beim nächsten mal dabei wenn ich die sonne der mask maker spiele und deren geheimnis entlüfte in diesem sinne wir sehen uns beim nächsten mal lasst ein like da euren fox hat euch das video gefallen dann lasst ein like da und abonniert den fuchs